Und so, willkommen zurück zu Rayman Legends in der Definitive Edition. Wir machen weiter mit dieser Welt. Heute haben wir jetzt das erste Level. Da kommt der Boss. Ich bin gespannt. Hier hoffentlich auch. Hier haben wir die Moskito fliegen. Das war der Hauptbestandteil von Origin. Zack, 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 zack. Alles weg. Ja, dann nehmt der einen dann noch mit. Oh, schaffe ich das Feuer, ne? Ja, ich fliege weiter, egal. Äh, hau ab. Ah, mann, verkackt. Egal, ich möchte aber reichen. Für mich einfach, bis jetzt. Okay, wo gibt's jetzt 10? Und zu essen. In der Suppenküche ist hier ein Eisgiel, oder wie? Und den zerstören, der runtertötet. Ah, auch eine nette Idee. Ah, das ist der Boss, oder nicht sogar? Ah, das ist der Boss, oder nicht sogar? Kann das sein? Wir werden's gar nicht sehen. Man kann's übertreiben. Einfach mal weiter, äh, etwas weiter hinten sein, als ich vorne. Äh. Okay, das geht weg, alles klar. Wir haben genug Lungs, also von daher. Wieso fliege ich da nicht vorbei? Oh, mann, Basti, Mann. Dich kennen wir auch gleich noch, keine Sorge. Oder hier, nach links, sogar, ja. Da kommt da so'n Ding da runter, und ich werde zerquetscht, ey. Da bringt das Herz auch nix. Hm. Das war dumm, ey. Oh, also mal wissen, wo was kommt. Ja. 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 Ja, warte, genau. Haha, witzig, ey. Vielleicht gleich zum Porn, ey. Kommt, hier. Ach, ich danke dir. Aber dumm, das Ende wirklich. Autsch. Ramin tanzt ab. Ja. Ja, da sieht man ihn schon. Ja. Ja, da sieht man ihn schon. Ich deshalb, da sieht man ihn bitte hin. Da, da hinten der석. Ja. Was ist denn dein Tr sotto? Was für ein quatsch. dann müssen wir jetzt stampfen darauf geht es ja auch keine ahnung da geht es wieder runter muss man sich merkt wo man lang muss ich komme durch nein 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 naja unten und oben dampfen auf jeden Fall einige Lumpse sollten wir mitnehmen Münze gibt es natürlich mehr daneben dumm ist der da dranhängen sollten wir uns was soll schon offen ne 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 ich nehme dieses scheiß Hund damit, ey. Okay, dann lassen wir ja hängen, egal. Nummer eins, okay. Ich dachte wir 600 brauchen. Nummer zwei. In den Magen fallen oder was? Weiter. Jetzt kommt der wahre Bosskampf erstmal. Lauf, 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 lauf. Das tat ihnen weh, glaube ich. Ich laufe zur falschen Seite. Das ist gut. Ja, komm, ho, ho, ho. Aber blöd. Aber blöd. Oh, yes. Oh, yes. Okay, und jetzt noch? Fällt mir gerade nicht. Aber wir schaffen es aktuell. Einfach überleben. Und das war es dann schon. Oh, ho, ho, ho. War es das? Das war's. Wir müssen auf in der Blase drauf. Nein, das war's. Wir müssen auf in der Blase drauf. Nein, das war's. Ich weiß noch nicht. War nicht dein Ernst, Alter. Wie schnell muss man da reagieren? Nein, das war's von vorne, oder was? Das ist halt so ein Quatsch, Boss. Ehrlich. Jetzt zurück. Einmal rum. Einmal rum. Das ist ja gelähmt. Ja. Ach, komm, schnell. Ach, Mann. Warum fangen wir nicht direkt hier an? Oh, komm, schnell. Ach, gönn dir ein Herz. Ok, gönn dir ein Herz. Wir sehen uns an der Stelle wieder. Vielleicht hast du nichts mehr zu lachen. Denk treffen wir sowieso nicht, also von daher. Ach so, das war es jetzt irgendwie. Ernsthaft? Nein, wir müssen jetzt noch rauslaufen. Okay, sehr interessant. Jetzt müssen wir laufen, habe ich gesagt. Ich glaube, wir brauchen 600, kann das sein? Reicht das? 579 plus 25, ja, ne? Oh ja, siehste? Jetzt hast du nichts mehr zu lachen, ey. Wenn wir den einen Dinger nur treffen, müssen wir die ganze Zeit auch, man. Zum Glück, die 6 war. Blumms. So nimmt es 4 mal, muss man ihn dann treffen, ja? Welt 3 ist somit fertig. 5 Glückslose, ja, die werde ich gleich rubbeln nach dieser Folge. Hier sind schon mal auf jeden Fall 3, 4, 4 Level auf. Wir können das erst jetzt noch mal eine flinke Flosse. Ich hasse, unter Wasser, ey. Ja, die, die, die. Die Musik ist ja neustisch, ne? Ah, ich habe nur was gehört. Musik ist schön. Nicht so schnell, sondern einfach langsam. Das war was, Leute. In den komischen Dinger nach. Musik. 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 Alles wegen einer Münze. Musik. Hopp. Ja, ja, ja. Nein, ich da rein. blöde es war direkt gleich ganz tot ich wollte übertrieben da geht es rein das erste bonus okay nein 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 wir müssen aber alle besiegen jetzt hier da hoch müssen ja okay sagt genau dann runter hoch okay ich bin weiß gemacht irgendwo meckert einer Ich bin 3! TNT Da hängt er! Ich habe ihn nicht gesehen! Komm da rein? Nein, da gibt es nichts! Drei mal an. Drei mal an. Mal an. Drei mal an. Ich bin ein. Und was hat? Kann ich ein... Wöch! Ich bin ich ein. Wöch! Wöcht! hätte ich schon noch eine herz sehr interessant ich klicke euch noch da gibt es runter sehr verdächtig aber ja viel zu einfach jetzt bloß alle lila mitnehmen war zu klein zerstört die die brommel ich hab doch gedreht Oh ha! Die haben wir vorhin, oder? so jetzt habe ich genug einer noch er der am ziel okay dann können wir einfach durch jetzt gefällt mir die welt ich weiß nicht aber bis jetzt mich einfach das sieht sehr gefährlich auch deswegen waren wir das beim nächsten mal weiter damit herzlich fürs zuschauen bei nur ich hab hier bin euer basti leid fit im schild und ciao